Er ist der politische Lieblingsreibe-Mann der Opposition. Verkehrsminister Winfried Herrmann hat der CDU-Kandidatenkandidat Guido Wolf kürzlich als allerbestes Wahlkampfpferd im eigenen Stahl bezeichnet. Und viele Beobachter erwarten, dass Herrmann im kommenden Wahlkampf als Verweigerungsminister präsentiert werden soll. Als der, der S21 verhindern wollte, Bundesmittel verfallen, Infrastruktur verkommen lässt und Straßenneubau verhindern möchte. Mit dem Landesstraßenbauprogramm 2015 bis 2019 hat Herrmann und mit ihm die grün-rote Landesregierung heute aber in Stuttgart einen kräftigen Gegenimpuls gesetzt, zusätzlich zu den weiterlaufenden Sanierungen. Jetzt geht es um Ausbau- und Neubauprojekte. Wir werden in 2015, 2016 werden wir 14 neue Straßenbauprojekte, Ortsumfahren, Ortsdurchfahrten, Radwege in einem Volumen von 54 Millionen, starten und teilweise auch dann schon beenden können. Und ab 2017 folgende kommen weitere 25 Projekte in einem Kostenvolumen von 73 Millionen hinzu. Das zeigt an, wir halten Kurs in der Verkehrspolitik. Wir freuen uns über neue Spatenstiche und neu begonnene Maßnahmen. Wir bauen gerne Straßen. Das ist eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Bahn-Württemberg, denn gerade die Unternehmen im Land, aber auch die täglich zur Arbeit pendelnden Beschäftigten sind auf eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Konkret, 2015, 2016 sollen vor allem neue Ortsumgehungen zur Verkehrsentlastung vorangetrieben werden, vor allem solche, die planfestgestellt sind. 2017 bis 2019 sollen dann Ausbaumaßnahmen überwiegen, bei denen eine vorhandene Trasse in der Breite oder im Unterbau verbessert wird. Das alles entlarve oppositionelle Zerrbilder einer autofeindlichen grün-roten Landesregierung, auf das auch Guido Wolf abziele, als Schimäre. Er nimmt, seit ich Minister bin, einfach nicht zur Kenntnis, dass diese Landesregierung, nicht nur ich, sondern diese Landesregierung, im Vergleich zur Vorgängerregierung im Bereich Straßensanierung die Mittel verdoppelt hat, und zwar stetig verdoppelt hat. In jedem Jahr immer doppelt so viel, als nicht wie im Jahr zuvor, sondern als die CDU in den Jahren zuvor gemacht hat. Richtig sei hingegen, dass die CDU-FDP Vorgängerregierung Straßen auf Pump finanziert und so einen Schuldenberg hinterlassen habe, so Herrmann. Richtig sei auch, dass ein Rekord an Bundesmitteln abgerufen worden sei und, wenn der CDU-Kandidat ihn als bestes Wahlkampfpferd in seinem Stall bezeichne, sei es um dessen Pferdebestand wohl nicht allzu gut bestellt.